Ein Fight zwischen beiden Teams findet statt. Let's Phil und Banks sind hinterhergejoint, wir gehen jetzt auch drauf. Da vorne sind wir hier. Das ist Phil. Sehr, sehr gut. Ben ist down. Was? Der ist weg. Lass mal hier noch, vielleicht nach links, oder wollen wir uns... Okay, das ist hier zurück. Und you, then the lights I would like for you, when you try to hide. I'm building up, building up, building up. Oh, we just needed to hide for you. So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wado, da vorne läuft er. Da vorne läuft er. Wir holen uns den. Minus du, du ist da. Er wirft eine Handappelle in die Mitte. Hast du das gesehen? Ja, die kommt nur näher. Ja, ja. Er ist bei uns da. Und go, 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 go. Den holen wir uns. Okay, es ist nicht Logo, der gejoint ist, es ist Minus du's. Also, es ist nämlich getrennt auf, die Folgen. Er wirft noch eine. Ich werfe hinterher. Ja, er ist oben auf dem Baum. Er ist oben auf dem Baum. Er ist wieder unten. Der ist noch nah dran bei uns. Ich habe die Perle geworfen noch. Hast du noch eine? Einer hast du noch. Nee, 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 nee. Ich habe keine mehr. Ich sehe ihn aber. Er wirft noch eine, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er noch eine geworfen hat. Er läuft weiter weg in die Richtung. Hast du es gesehen? Welche Richtung? Siehst du mich? Ja, ich sehe ihn. Also, du siehst ihn vor dir ist er. Ja, ja. Ich laufe ihn einfach mal hinterher noch. Er hat sich nochmal geportet. Immer noch in die Richtung. Ich sehe ihn noch. Hat er vier oder fünf? Ich glaube, vier. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Ja, du bist vor mir. Ich sehe ihn wieder. Okay, sehr gut. Hinterher, hinterher, hinterher. Ich muss bald fooden. Ja, ich habe auch gerade. Wir sind hier nämlich schon ein bisschen länger. Nein, ich bin jetzt wasser gefallen. Unspektakulär. Ich habe zwei Perlen. Ich gebe dir gleich eine. Nee, nee, nee. Du musst, wenn dann, perlen, damit wir ihn einholen. Er läuft immer noch weiter in die Richtung. Wenn du nah an ihn rankommst, dann können wir ihn holen. Ja. Nur das Ding ist, ich sehe ihn jetzt halt gerade noch so. Er ist gerade noch so in der Render Distance. Ja, soll ich eine werfen, um erst mal näher dran zu sein? Ja, er läuft ein bisschen nach links. Er läuft ein bisschen nach links. Du kannst links schneiden, wenn du ein bisschen links wirfst. Ich weiß aber nicht, ob es ist lohnt. Obwohl, doch, vielleicht schnell. Nee, hebe es mal noch auf, hebe es mal noch auf. Ich hebe noch auf. Ich habe zwei Stück auf jeden Fall. Ich habe noch eine gekriegt in der letzten Folge. Ja, wir laufen einfach mal hinterher noch. Ich musste die halt werfen, weil sie es sehe ich nicht. Ja, wir müssen einfach jetzt, solange wir auf dieser freien Fläche sind, durch den Wald haben wir letztens auch viel verloren. Da vorne kommt der Wald wieder. Wir müssen einfach die Augen offen halten. Ja. Ich müsste jetzt fooden. Ich mach mal. Ja, ich mach auch. Oder, nee, wir können ihn schneiden, wir können ihn schneiden. Übers Wasser? Ja, guck mal. Er ist jetzt auch. Kannst du die Perle werfen vielleicht? Ja, ich werfe. Okay. Ich gehe durchs Wasser. Ich brauche ein bisschen länger, aber. Ich bin vor ihm. Ich komme, ich bin noch nicht da. Kämpfst du? Kämpfst du? Logo ist da. Ja, klar war geplaced. Logo kommt, Logo kommt. Der wird da gebrauchen. Der wird zum Spawn zurücklaufen jetzt. Lauf du ihm hinterher. Ich schieße mit Bogen. Hab keinen Hit. Vorsicht, er kämpft. Ja, ich gappe. Hab einen Hit noch? Ich komme. Ich gappe wieder. Ich laufe hinterher. Ich gifflang. Hab Hit. Er löscht es nicht. Oh, gib ihm Firezback. Gib ihm Firezback. Er hat noch nicht gegappt. Ich gebe ihm noch einen Hit in den Bogen. Ich komme nicht ran. Wir dürfen nicht zulassen, das Logo. Hab Hit. Hab keinen Hit mehr. Er läuft wieder zur Logo zurück. Oh, das will ich fett. Ja, kann mich Post-Bone haben. Hat Flame Hit. Hat Flame Hit. Läuft zur Logo zurück. Ich gebe ihm nochmal Flame. Hat. Ja, schön. Ich gebe ihm nochmal Flame. Hat. Nochmal. Der war nicht gut. Ich habe keine Blöcke mehr. Pass auf, er läuft wieder zur Logo zurück. Das können 2v2 werden, aber wir haben ihn schon stark gebraint. Ich habe nochmal Flame Hit. Ja, schön. Er hat aber wieder Wasser. Wir müssen aufpassen gegen Death-Jarder bei Logo. Ja. Ich habe nochmal Hit. Habe ich noch noch? War ich jetzt mit Schwert? Noch einen? Ja, gib ihm, gib ihm. Er muss healen. Gib ihm. Komm. Kommst du dran? Soll ich schießen? Schießen. Versuchen zu treffen. Ab. Mein Gott, ich habe es so verkackt mit dem Platz. Ich bin ein bisschen weiter weg. Ich erst kurz. Mein Logo kommt, bin ich aber da. Lass auf das Seite. Komm, komm, komm. Wir haben ihn schon stark gedraint. Ja. Lass uns wieder ein bisschen laufen. Vielleicht wird es ein Tu-Vi-Tour, aber das ist okay. Ja. Selbst wenn, Minus-Loot wird vorher gekickt, wir können dann vielleicht auf Logo gehen sogar noch. Ja, ja. Das ist sehr gut. Das wird jetzt aber nicht geflankt werden oder sowas. Ja, wir sind zusammen. Alles gut. Er wird zu Logo, er schafft zu Logo, aber wir haben ihn halt ziemlich gut noch. Da vorne ist Logo. Siehst du? Er macht irgendwas mit TNT. Schieß mal, schieß mal auf den TNT Board. Schieß mal drauf. Nochmal ein bisschen weiter. Was machen die? Ich habe keine Blöcke, Alter. F-C-T. Es geht gleich alles hoch, glaube ich. Ja. Ja, die TF. Komm. Okay. Das ist aber mit Flame Drain. Flame Drain. Hast du Blöcke? Ich habe keine Blöcke zum Wohnen. Nee, ich kann dir geben. Ich dropp dir. Ja, gib mir den, please. Hab, hab. Danke. Die laufen weg. Ja, hinterher. Mal schon weiter bauen, aber nicht Dings verlieren. Nicht Vorsprung. Ja, ist kurz. Ja, gön. Den fokussen wir mit dem Bone? Ich weiß nicht. Ich glaube, Minus tut weniger Healing, ne? Aber die haben beide relativ viel. Logo hat zwei Hits. Logo hat Death Strider, ne? Ja. Ich nehme den Wasser einmal weg. Ja, ja, ja. Mach das. Ich habe sie im Herzen. Also der Bogen macht schon Schaden. Also aber den dann natürlich auch, ne? Ja. Logo hat nochmal einen Hit. Treff gut, treff gut. Wenn du so fünf, sechs Herz... Treff gut, treff gut. Bei fünf, sechs Herz würde ich gappen. Logo hat schon viele Hits. Logo hat noch einen Hit. Fünf Hits in Folge. Genau. Sechster Hit. Ich gapp mal. Ich will lieber Sicherheitshalber. Wir haben eh genug. Siebter Hit. Ich hätt erst nochmal. Ich habe acht Herzen. Pass auf mit dem Wasser. Was rüber? Ja. Logo ist rechts. Logo ist rechts. Bei mir ein Single. Ein Fokusen. Ist die ganze auf dem Fluss. Nochmal ein Hit. Nochmal ein Hit. Er hat einen Logo an der Pelle geworfen. Wohin? Nach hinten wohin? Nach hinten. Also ich spring gar nicht. Oder? Hat er? Das Logo alleine? Nein. Lass ein Logo. Lass ein Logo. Ja. Äh, Deathstrider, Deathstrider. Vorsicht. Ich lasche mich. Fuck, das war fertig. Sorry. Die splitten sich. Lass das so weiterspielen. Ja. Lass mich mehr auf Logo. Logo hat noch Enderperlen, ne? Bestimmt, ja. Noch ein Hit. Doch. Was weiter hinterher? Wir müssen aufholen. Die haben beide keine Infinity, glaube ich, ne? Oder? Ja. Ja, die haben bestimmt viele Pfeile. Ich geb nochmal. Ja, ich weiß mal. Ich muss das sparen. Logo habe ich ein paar Hits. Ja, ich geb. Logo hat gute Hits. Logo läuft. Der Gap, der hat gegappt. Logo nochmal gute Hits. Was ist einfach so weiterspielen, oder? Wir haben noch Zeit. Ja, so. Ey, meine Rüstung geht halt langsam kaputt, ne? Ja, aber deren auch, oder? Du sie auch. Ja. Ja, die haben aber noch repariert gehabt und so, ne? Stimmt. Also ich würd schon fast ein bisschen auch auf Nahkampf ein bisschen versuchen zu passen. Ich hab halt keine Pearls, ich hab keine Pearls, das Ding. Ja, ich hab auch nur noch eine. Ich bin, ich geh rechts rum. Vorsicht. Ja, ich komm mit dir. Die splitten sich, oder? Lass mal schauen, wenn die sich splitten. Ja, die splitten sich. Ich versuche ein bisschen, ähm, Dings zum flankieren. Ich esse voll. Logo hat Hits. Irgendwie das Wasser auch wegkriegen könnten. Aber das ist halt, die können sich halt Neues holen auf jeder Zeit. Ich hab Logo dreimal hintereinander getroffen. Gut, kurz. Logo ist auf Deckung. Minus du das alleine? Wollen wir auf Minus du? Alter. Obwohl, die treffen Logo ganz gut, Digi. Das ist... Ja, aber meinst du, wir können den Healing Drainern? Der hat ja relativ viel, oder? Warte, mein Wasser ist verpackt. Ja. Da ist ein See, du kannst nochmal da was holen. Bitte. Lass mich nochmal... Logo hat Hits. Noch einen Hits. Ich hab nochmal. Logo ist allein hier vorne. Logo läuft. Geh mal ein bisschen weiter auf Logo und so. Mhm. Hat Hits. Drei Stück hintereinander. Ich mach mir echt Gedanken um meine Rüstung, Alter. Aber ich glaub, wir können das besser ausspielen, weil wir halt mehr Pfeile haben. Irgendwann werden die halt Out of Arrows gehen. So, die haben sicher schon ein paar Decks geschossen. Logo ist alleine rechts. Äh, links. Ja. Ja. Am Ende hat er noch eine Enderperle, um wegzukommen, weißt du. Das stimmt, ja. Ich lauf mal hinterher wieder. Die splitten sich jetzt wieder. Ja komm. Auf Logo, 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 Logo. Er geht melee. Ich komm, ich komm, ich komm. Er hat die Death Strider Boots. Fuck. Gab mal kurz. Ja, sind wir. Logo hat nicht gegappt, noch? Jetzt gappt er. Er puft unter 200 Obility auf meine Rüstung. Minus Dude Hit. Auf Logo? Ja. Komm nicht ran. Ach, goddammit. Kannst du versuchen mit einem mit dem Knockback-Schwecker zu kicken vielleicht? Ja. Vorsicht, die gehen weiter. Die kommen, die kommen weiter. Ja, ich geb nochmal, ich geb Feuer lieber. Die wollen jetzt langsam auf den Melee. Die wollen in den Melee. Ich bin vorne, ich bin vorne. Vorsicht. Kannst du mir helfen? Ja, die sind weg. Oh, Vorsicht, okay. Logo Hit. Minus Dude Hit. Minus Dude Hit. Logo Hit. Das Ding ist halt... Fuck. Ja, das ist zu schwer, Alter. Warum hat Logo die Enderperlen? Mann, ich hab unter 100 Obility auf meinen Rüstungsteilen schon. Auf was schon? Auf was? Auf Schuhe. Ich hab auch schon weniger. Aber die kann auch weniger haben, die laufen. Die laufen. Spark und Kaz. Die laufen aber. Die laufen. Die laufen. Komm. Ja, okay. Wir müssen hinterher. Logo Halt. Logo Halt kaputt. Sein Helm ist kaputt. Drauf, drauf, drauf. Ich geb. Die müssen wir holen jetzt. Komm. Ich schieß nochmal. Der kriegt so viel Schaden. Der kriegt so viel Schaden. Komm, komm. Ja, und jetzt. Gib mir nen Hit mit dem Bogen. Komm an. Ab Hit. Der kassiert richtig. Wir müssen so 100% dranbleiben, aber hast du nen Amboss dabei? Ja. Hast du die erst dabei? Ja. Okay, sehr gut. Im Notfall können wir noch selber reparieren. Wir haben Sparerüstung. Wir müssen die chasten. Der hat angezogen. Der hat angezogen. Aber Minusstude musste auch los sein jetzt an Rüstung. Der hatte vorher schon kassiert von uns. Ich weiß, ob das Sinn macht, jetzt weiter drauf zu gehen. Bevor meine Rüstung kaputt. Ich hab 70-Dubility. Ich weiß. Ich will den Kampf jetzt nicht abbrechen deswegen. Das Ding ist, wir können Logo chasten. Minusstude wird zuerst gekickt. Wir haben nur noch 10 Sekunden, wenn wir dann Logo rauszingeln können. Ja, wenn meine Rüstung kaputt geht, ich muss so chuggen. Ich weiß. Ja, die werden uns posten mit dem Wasser. Okay, raus aus dem Wasser. Raus aus dem Wasser. Als ob die jetzt weglaufen. Ich hab nochmal einen Hit. Jetzt können wir rüber. Die schießen noch. Die schießen noch. Ich glaub nicht, dass wir da rüberkommen. Ich glaub nicht, dass wir da rüberkommen. Komm zurück. Ja, das hat keinen Sinn. Wir müssen zurück zur Spawnkiste. Fuck. Ich kann was reparieren. Meine Schuhe haben 104, mein Helm 61. Ich muss alles reparieren. Ah, no. Ich hab 11 Dias, ne? Also, das sind nur Level. Ja, schon. Aber wir brauchen... Gib mir mal ganz kurz die Dias. Ja, warte. Ich geb dir die Hälfte und stell den Amboss, okay? Ja. Pass auf, ob die kommen. Ja, ja. Ich vorgabe wegen Spark und Kast, die könnten auch hier sein. Fuck. Ich konnte jetzt nur Helm und Schuhe reparieren. Ja, ja. Warte, was sind Amboss stehen? Check du jetzt. Check du jetzt. Ich hab 19 Gaps. Wie viel Gaps hast du denn noch? 22. Ich hab eine Enderperle. Ich würde am liebsten noch rüber. Ich hab Helm. Schuhe kann ich... Ich kann Schuhe nicht reparieren. Ich kann Schuhe nicht reparieren. Ich brauch ein Level. Ja. Fuck. Was machen wir? Die chillen halt zurück, ne? Ich würd eigentlich am liebsten, wir müssten eigentlich zurück zum Spawn. Aber Spark und Kast könnten dort sein. Das ist viel zu riskant jetzt, oder? Ja, wir müssten die Rüstung aber aus der Kiste, die Spare-Rüstung. Ja, ich weiß. Aber die haben halt auch Spare-Rüstung. Ja, aber mit Spark und Kast können wir das besser ausspielen, als wie mit den Beinen. Ja, aber glaubst du, können wir jetzt gegen Spark und Kast kämpfen? Ja. Sicher? Ja. Okay, dann lass zurück zum Spawn. Wir sind gar nicht so weit gelaufen. Das wäre dumm... Das wäre dumm jetzt, ähm... Warte mal. Ich will kurz die Mobs killen, dann kann ich meine Schuhe reparieren. Es wäre dumm jetzt darauf zu forcieren, dass wir die ähm... jetzt killen müssen, weil... wir kriegen die jetzt nicht down. Gerade mit den Seelen. Ich hab jetzt die 8 Level. Chill kurz, chill noch kurz, ganz kurz. Ja. Okay, hab. Okay, let's go. Ah, das ist unlucky, Leute. Ich hätte die Perle werfen müssen, als Logo keinen Helm aufhatte. Der wär so schnell gedroppt gewesen. Ja, ich glaub auch. Ich hab dem auch nen Hit gegeben mit dem Bogen, der hat so kassiert dafür. Wir müssen das ruhig angehen. Wir haben jetzt nicht so viel verloren an sich. Wir haben jetzt... Wir haben den wesentlich mehr healing gedrained. Ich glaub auch, ja. Oder wollen wir umdrehen und jetzt wenn Logo Solo ist? Nee, nee, nee. Der ist nur ganz... Wir werden gleich gekickt. Wir sind sofort weg. Wir sind direkt nach Minustoot weg. Unsere 30 Sekunden kommen jetzt auch sofort. Nicht vergessen. Lass einfach hin Richtung spawnen. Nächste Folge können wir reparieren und chillen kurz. Okay? Wir müssten nächste Folge auf jeden Fall die Rüstung reparieren. Wie viele Level hast du? Neins. Ich hab gar keins. Enderman links. Enderman. Ja, wenn Endermans halt meine... Wir brauchen die Perlen aber. Ja klar, aber... Das ist noch ein dritt davon, ne? Minust du das draußen. Sorry wegen dem Discord-Sons, Leute. Das Wasser... Das Logo hatte halt genug Wasser, ist das Ding. Wir werden gleich gekickt. 10 Sekunden mehr hier. Das hier bleiben, erstmal. Absoluter Chaos-Brofight, Alter. Oh Gott. Wir dürfen es nicht zu negativ sehen. Nein, wir dürfen es nicht zu negativ sehen. Ich wette, die waren sehr low. Es war halt echt unlucky, dass die so viele Enderperlen hatten und wir alle gegen Phil verschwendet haben. Das war halt wirklich, wirklich unlucky. Wir hätten Minustoot bekommen müssen, als der alleine war. Das war halt echt, echt unlucky, Leute. Aber auch ziemlich schwer für uns. Er hat auch gut gehealt und so. Er hat gut gehealt, ja. Das war dann durch das Wasser dann auch nochmal ein bisschen schwieriger und so. Die Perlen waren halt auch krass. Wir werden das auf jeden Fall auschecken. Aber die Deathstrider-Schuhe müssten jetzt fast kaputt sein. Das ist das Ding. Ja, es ist spannend. Es ist auf jeden Fall spannend. Wir müssen uns die nächste Folge zurückziehen. Wie viele Gaps hattest du am Ende? 22. Ich habe kaum gehealt. Es passt eigentlich noch. Ich glaube, immer noch das meiste Healing. Ich bin auf sicher gegangen. Und wir müssen es halt so sehen. Am Ende. Keine Ahnung. Wer weiß, wie viel Healing die jetzt verbraucht haben. Ich hoffe auch noch ein bisschen was. Ja. Auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall. Es kommt jetzt mal. Also man merkt, es kommt langsam zum Ende. War hoch 4. War auf jeden Fall spannend. Ich habe keine Ahnung. Ist das die 28. Folge? Ähm. Ja. 28. 28. Dann ist es eigentlich meine. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder um 11 Uhr. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wirtung da. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.